Und die Vergangenheit verändert sich. Das hat nicht stattgefunden. Das hat aber stattgefunden. Ne, hä? Das findet aber statt. Genau, weil sie jetzt... Genau, das hat nicht stattgefunden, weil das kennen wir ja schon das Ereignis. Das findet statt. Das findet auch nicht statt zum Glück. Das findet aber statt. Die finden nämlich die Leiche. Das findet nicht statt, deswegen löst es sich auf. Und das findet statt, denn wir haben den Preis gewonnen und da wird Victoria von Taylor getröstet. Und das findet demzufolge auch nicht statt. Aber das... Das findet statt? Achso, okay. Das findet aber zum Glück nicht statt. Ein Glück. Und wir fliegen nach San Francisco. Ich denke, das soll das sein. Oh, da ist der Direktor. Wie schläft er denn? Deine Augen sind hier halb auf. Örtlicher Lehrer verhaftet. Gut Arbeit, David. Jawohl. So läuft das. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf meinen Superstar. Das ist das erste Anfragen. Chloe, du bist alive. Oh, du bist alive. Ich bin so stolz auf meinen Superstar. Ich habe alles fixiert. Ich habe alles fixiert. Gut, Herr. Soll ich nicht sagen, was schlimm ist, wenn man einen Ohrwurm hat und man das Lied nicht aus dem Kopf bekommt? Ich, ich... Im Kopf singe ich die ganze Zeit für mich. Warte, ich bin erst mal hier. Die Galerie Zeitgeist präsentiert sie an des Alltags, Ausstellung und Künstlerempfang. Galerie Zeitgeist. Wir sind fast in San Francisco. Ich werde auch mal gerne an Amerika fliegen. Oh, Hotdog. Chloe und ich haben immer das Video-Game gespielt und ihn all den Zeitraum gesehen, wenn wir innocent waren. Und dann haben wir doch eine Zeit für. Alles klar. Also, Two Moon Diner. Inmitten all des Umweltchaos in der Karadier Bay wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale berichten Einwohner, nach gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die Doppelmonde klar am Nachtwilz zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasst der örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuesten Öko-Chaos übersteuert. Blackwells Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Metzen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl sie an den Opfern keine weiteren Anzeichen psychischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurden, markierten diese Entschuldungen das beschauliche Städtchen Acadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Donkelkammer befand, ermittelt. Wird auf die nächste Seite fortgesetzt, aber das klingt doch schön. Wunderschöner Tag, mit 50 Grad. 20 Grad finde ich gut. Ja, ich habe schon alles benutzt. Achso, Direktor Welt. Nein, alles gut. Okay, das war ein bisschen. Aber wenn ist es? Das war ein schwieriges Wochenende, Blackwell. Also hoffe ich, dass du mich entschuldigst, zwischen Herrn Jefferson und Prescott. Dinge wurden hektisch, zu sagen. Ich verstehe es total, Principal Wells. Das ist eine smarte Art, zu sagen, mich zu stoppen. Wir sind stolz von dir, dass Blackwell auf dem Alltag-Heroes-Kontest betrifft. Ich weiß, dass ich nicht genau der Guide, den du in San Francisco in San Francisco brauchst. Doch, bist du. Wir wollen alle, dass du eine große Erfahrung hier hast. Ich bin bereits und wir sind nicht sogar da. Oh, oh, oh. Ja, das passiert nicht. Das löst sich auf. Ein wieder hier interpretieren. Dafür kommen wir mit Direktor Wells in San Francisco an. Oh, wir sind in der Galerie. Zeitgeist Gallery. Einen Gitarre. Le warrantee. San Francisco ist so cool And his gallery is huge So is the buffet If an event skimps on the food You know it's a bad event As long as I don't have to eat any caviar This is your day Max You can do whatever you want I hope you take advantage of your status And talk to as many influential people here as possible Work the room I don't know I feel so weird Like I'm a little kid hanging with the adults Max After this week you are certainly not a little kid anymore In fact You're a noteworthy adult being honored by your peers Now you have to start acting like the photographer you want to be Hell I wanted to be in charge of a big school someday So I started taking charge of things when I was young Ask my poor classmates Max I'm gonna eat up that caviar so you don't have to Better get in there and start schmoozing You know I won't always be here to take charge But come talk to me whenever you want I have caviar noch nie gegessen Come on Max After everything that happened This should be the least scary thing you've ever done I don't know 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 Wow Max You did it Somehow I I How fun Yes Warren would definitely go ape over this show Geschichte des dystopischen Kinos Kult Archiver Xidan Darwin Präsentiert eine kinetische Clip Show Und Lektüre dazu wie die industrielle apokalyptische Paranoia Die Welt des dystopischen Kinos Gebar von Metropolis zu Planet der Affen Von Blade Runner zu die Tribute von Tepardem Arthur Cinema at Mission Gallery Samstag 26. Oktober 2030 666 an der Tür Alles klar Erstmal hier den Teufel mit einbinden Nicht Wow Sir Ein Danny Lee Artikel The Golden Gate Reporter Ich liess mal eine Kunst in San Francisco Von Danny Lee Ja ich wurde in einem Bad geboren Wortwörtlich ist es eine lange unglaubliche Geschichte Die ich hier nicht wiederholen werde Dafür wird Alkohol benötigt Prost Mama Das mag meine obsessive Liebe für die Brust Bucht Nicht Prost für die Bucht Und ihre außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären Trotz der rapiden Gentrifizierung florieren Künstler und Erschaffer gegen Entgegen aller sozioökonomischen Drucks Denn genau das ist ihr Markenzeichen Galerien wie Zeitgeist und Milkovic Wer schon arbeit mit diversen Gemeinschaften zusammen Und praktizieren was andere Werzählen nur predigen Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt Alles klar Ok Hier ist die Toilette Können wir nicht raus Schade Spielebox Ich brauche etwas sehres Kastchen in da Werzählen und Spenden Verschenken sie die Kunst Bla 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 Ok Irgendwie hinten Nein Ok Dann können wir Ah, warte erstmal Die Kunst Die Zeitgeist Eine Geschichte in Bildern Ich meine, San Francisco Ich wünsche, ich hätte Zeit Zu gehen, diese Muralen hier Hallo Hallo Why, good morning You must be Max Caulfield Congratulations for your everyday heroes photo The exhibition is quite impressive Especially with your entry Hm, vielen Dank Wir haben wieder Liste Und, äh, nur mal ganz kurz gucken Gucken wir mal Äh, Nathan Luchsock steht hier Ansonsten denke ich mal Es sind hier keine in dem Sinne bekannten Namen Äh, wo stehen wir denn? Ah ne Doch Official winners of the everyday heroes context So Wo stehen wir denn? Oder stehen wir denn? Da, doch Haha Ok, jetzt sehe ich's Äh, ganz links 1, 2, 3, 4, fünfter Name von oben There I am Along with all the other winners I should say Artists instead Jawohl, wir sind Künstler Hallo I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight Not anymore That was so cool Not my style, but The neon is a nice representation Oh shit Pretentious alert Are you Max Caulfield? Bravo on your entry I'm the art critic for Iris N Magazine And we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography I'll send you the details this week, if that's okay Congratulations for your piece Vielen Dank I appreciate it So, was haben wir denn noch damit Direktor Welch I know it's kind of simple, but I find this haunting Right The instant print makes Who's the artist? Oh hey, you're the one who entered the self portrait Or actually do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it To make all of your photo subjects the focus Oh, very smart Zeitung, wir haben ja auch noch mal was zu lesen Young and Grunge Er kann doch Fotografen und Lehrer von Mord und Entführung verhaftet So muss das sein, so und nicht anders Champagner können wir trinken? Ich würde gerne jetzt Champagner trinken oder irgendwie so Können wir nochmal mit ihm sprechen? So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet Every journey starts with the first step I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist But you've made us proud with the great response to your work so far Oh, Dr. Dollar Shoot This is surreal It's kinda surreal to be here after everything that happened at Blackwell All the more reason to celebrate your success Maybe I feel guilty for celebrating Leave that to me I I Should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation Hmm She's strong And I'm glad she made it out of that hell Should have put my foot down with Nathan Prescott Or put my foot in his ass Mark Jefferson was good about hiding his tracks We were all fooled by him Yeah Most of all me As you might know I have a weakness for prestige And Jefferson had such a great reputation Nobody expected him to be so disturbed 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 I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room Those poor girls At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay The irony is that for once Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson And he even brought him to Blackwell Oh lol Yeah, but that's I'd like to think there's some karma involved The Prescotts have had this coming I do believe that what goes around comes around And I just hope it's all good for each other I hope this is a fresh start, Principal Wells Like I said before You're an adult now, Max You can call me Ray Oh At least for this event Oh Now if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again Ray Wells Alles klar, der heißt uns mit Vorname Ray Da ist unser Bild Da ist es, da ist es Wir setzen uns doch vor, einmal eben kurz zu Um mal zu gucken, was sind deine Gedanken Ich kann nicht glauben, dass ich in San Francisco bin Wie kann ich das prozessen, nach all der Tod, die ich diese Woche gesehen habe Ich wünschte, Chloe war hier mit mir jetzt Without ihr, ich konnte nicht Jefferson Und sie hat mir immer geholfen, dass ich mich nicht schützt auf meine Fotos Auch wenn das so tränkend ist, nach dem, was mit Rachel und Kate Aber für irgendwelche Grund, ich habe diese Kraft Ich hoffe, dass ich es endlich benutze, richtig Jaja Jetzt würde ich sagen Wir schauen auch schon dahin Und Journalist Guten Tag Hallo Entschuldigung, du bist Max Caulfield, oder? Ja Ja Sorry, ich bin Danny Lee, ich bin mit den Berkley People's Herald Ich habe ihre Artes-Sekion, und ich totalen gefangen habe Ich weiß, dass das ganze Ironik-Selfie-Selfie-Selfie ist etwas Aber es gibt nichts über deine Bilder, also ich würde gerne ein gewaltes Mal Ich würde mich auf einen Verkauf oder einen Interview mit dir wenn du eine Chance Hier ist meine Karte Du bist so großartig mit dir, Max Du auch, Danny Geil So eine Intimide... Oh, ach, ich habe hier zugesehen Und hier ist es Hi, und da ist sie, um den Tag zu retten Hi Du hast es gemacht, Max Du bist ein wirklicher Artist Du bist ein wirklicher Artist Oh oh Die Nase wieder Und ein weiterer Wicht Ich werde das je aufhören Ich bin da für einen Moment. Ich bin okay. Jetlag. High altitude. Mhm. Oh, du hast die Ringer auf, Idiot. Oh, sechs bar Chloe angerufen. Oh, komm mal. Bitte antworten. Max, holy shit man, du Vision. Es ist wahr. Du hast den Tornado gesehen. Was? Oh, nein. Oh, Chloe, wo bist du? Ich bin so f***ig schmerzt. Ich bin bei der Beach. Chloe, kannst du mich hören? Hallo? Hallo? Shit. Oh, mein Gott. Der Tornado war real. Oh, ich habe nicht sch***. Chloe wird nicht sterben. Arcadia Bay wird zuerst. Und jetzt? Was willst du machen? Es ist hier so, als ob man ein Foto machen könnte. Hi. Ich habe irgendwie gedacht, man könnte ein Foto machen. Warte mal. Sorry. Wir haben nur noch 16 Seiten? Ach, wow. Alles klar. Wir haben hier Nachrichten. Ja, ich habe jetzt auch gar keine Ahnung irgendwie, was wir mal gelesen haben, was nicht. Okay, wir haben immer noch welche, Papa. Dann hier. Ah, okay. Weil ich das so gesehen zurückgesetzt habe. Deswegen. Ich muss auf mein Selfie zurückgreifen. Ja, okay. Das habe ich mir ja schon gedacht. Donnerstag. Ich habe echt gedacht, ich kann irgendwie ein Foto machen. Okay. Ja, ähm. Ganz klar, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen. Hier steht ja immer noch hier. Wie lange wollt ihr euch das Foto anschauen? Okay. Na, jetzt sind wir mal wieder in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder wo auch immer hin. Entschuldigung. 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 Ganz oft. Wow. GG. Okay. Wir reisen auf jeden Fall wieder in die Vergangenheit. Aber die Frage ist jetzt, in welche Vergangenheit? Wie weit zurück? Wo befinden wir uns jetzt? In welcher Zeit? Oh, shit. Oh, my head. Oh, my head. Oh, my God. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. Ja. What am I doing the time? Ähm. Was kann ich tun? Foto. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Ja, das stimmt allerdings. Dann zerreißen wir es mal. Sorry, San Francisco. Chloe kommt erst. Okay. Was passiert? Jetzt ist die Frage. Befinden wir uns jetzt wieder im Unterricht? Das tritt demzufolge nicht auf. Das löst sich auf. Wir haben ein zerrissenes Foto. Ja. Das demzufolge tritt ja auch nicht auf, weil wir fahren ja nicht nach San Francisco. Guck. Hm. Okay. Das heißt, wir sind jetzt gleich wieder im Stuhl. Und sitzen da fest. Ja. Das heißt, das löst sich nicht auf. Oh, Gott. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir sitzen jetzt schon wieder echt im Stuhl bei diesem blöden Jefferson. Ja. 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 Vielen Dank.